Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute machen wir mal was ganz Besonderes und zwar werden Flecky, Mörchen und auch ich einige Zuschauer von uns grüßen. Und zwar haben tatsächlich 30 Leute allein unter die letzten beiden Videos kommentiert, dass sie gegrüßt werden wollen, was wirklich schon verdammt viel ist. Da dachte ich mir, machen wir einfach mal ein kleines extra Video und am Ende des Videos gibt es auch noch eine Verlosung für euch alle. So, die allererste Person, die ich grüßen will, ist Bibi Feige. Irgendwie ein lustiger Name. Und ja, du bist ganz herzlich gegrüßt. Übrigens hat sie geschrieben, dass sie unsere Videos liebt. Dankeschön. Hallo, ich grüße ganz herzlich den Kanal SisterLife. Vielen Dank für euren lieben Kommentar und macht's gut. Was will ich jetzt machen? Achso, ich wollte Charlotte Geiger grüßen. Ganz, ganz viele Grüße an dich. Viele Grüße auch an Fabian Schrader. Viele liebe Grüße auch an Araflo XT. Ich grüße Amelie Prinz. Das ist übrigens ein sehr, sehr schöner Name für so einen Kanal, finde ich irgendwie. Und sie hat geschrieben, dass ich die beste YouTuberin bin. Vielen, vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare auch. Hey, ganz, ganz viele Grüße an den Kanal Sweet Luna. Ein sweeter Name. Danke für deinen Kommentar, liebe Miri Bäm. Glaube ich wird es ausgesprochen, so wie Julian Bäm. Hat das irgendwas damit zu tun? Als nächstes grüße ich Eva von dem Kanal Katrin Hölzel. Sie hat auch drei Kaninchen, hat sie geschrieben und hat uns abonniert. Dankeschön. Viele liebe Grüße an Celine. Ein sehr schöner Name übrigens, finde ich. Ich grüße jetzt noch Veronique Plen. Sie hat ein Kuscheltier, das genauso aussieht wie ich, hat sie mir geschrieben. Hey, viele Grüße an den Kanal MyBunnies. Ich habe mir letztens ein Video von euch angeschaut und es war wirklich gut. Viele Grüße auch an den Kanal NeleKLP. Lecker. Ich überlege gerade, wofür soll bloß KLP stehen? Vielleicht für Kaninchenlieben Petersilie? Regi, was redest du da? Ja, Möhrchen, lass mich doch. Hiermit grüße ich Vanni unterstrich love unterstrich ff. Sie hat geschrieben, dass ich die Beste bin. Dankeschön. Viele Grüße an dich, Lia. Dankeschön für deinen netten Kommentar. Du hast ja geschrieben, dass wir so süß sind. Und ja, viele Grüße. Ich grüße auch den Kanal Mike und Molly. Du hast anscheinend geschrieben, dass du unseren Kanal liebst. Das ist ein großes Kompliment. Dankeschön. Möhrchen, was machst du in meinem Hintergrund? Herzliche Grüße auch an Finja Lötzsch. Hopsa, was für ein Zungenbrecher. So, dann grüßen wir noch Lauras Welt und Fluffy Bunny. Wir haben euch lieb. Viele Grüße auch an Loreen von dem Kanal Loreens Kaninchenwelt. Sie hat noch dazu geschrieben, dass ihr Kaninchen auch Möhrchen heißt. Allerdings mit Haar geschrieben wird. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Als nächstes möchte ich Alisha von Mika's Place grüßen. Sie hat mir geschrieben, dass sie unsere Videos liebt. Vielen Dank. Hiermit bist du ganz herzlich gegrüßt. Ganz viele Grüße an den Kanal Bunnywelt. Und danke für deinen lieben Kommentar. Viele Grüße an den Kanal Gigi. Ich habe das gerade bei Google Übersetzer eingegeben und habe herausgefunden, dass es aus dem Afrikanischen kommt. Ach Flecki, jetzt labert auch nicht so viel. Ja, sorry. So ihr lieben Leute, wir haben immer noch ein paar auf der Liste, die gerne begrüßt werden wollen. Erstmal vielen Dank für eure ganzen lieben Kommentare. Und ich grüße noch meine Kaninchenwelt, Emma Weise, Ada und ihr Löwenköpfchen Lola von dem Kanal Pinare Camachi, Schleichpferde, mein Pferde-Life, Schnuffelhase und Co. und Lenas Hasenwelt. Ihr seid super. Jetzt sind wir aber bei der allerletzten Person und das ist Emi Seidel oder Emi Seidel. Und ja, ich grüße dich ganz herzlich, Emi. So, das war es jetzt mit den 30 Leuten, die begrüßt werden wollten. Vielleicht haben sich jetzt einige gedacht, ach, das ist doch voll das unnötige Video. Morgen kommt nochmal ein Video, ein richtiges. Und wenn ich euch damit eine Freude machen kann, dann mache ich einfach sowas gerne. Ich habe mir allerdings gedacht, in Zukunft werde ich einfach nur noch eine Person pro Video grüßen. Und da werde ich mir einfach einen Kommentar unter dem jeweils letzten Video aussuchen und diese Person dann am Ende grüßen. Aber ja, jetzt kommen wir auch mal zur Verlosung. Und zwar könnt ihr ein Kaninchen-Paket mit vier Kaninchen-Produkten und einer Autogrammkarte von mir für den Gewinner gewinnen. Als erstes ist so eine Packung mit getrockneten Brennnesseln drin. Meine Kaninchen lieben sowas. Als nächstes ein Produkt von JRfarm. Und zwar sind es diese Farmies in der Geschmacksrichtung Erdbeere. Dieses Spielzeug packe ich euch auch noch mit. Das ist halt standardmäßig, aber auch nützlich. Und weil ihr euch ja immer so sehr über Nöpfe freut, kommt noch dieser Napf mit rein. Und ja, das war's. Die Teilnahmebedingungen sind einfach nur, Abonnent dieses Kanals zu sein und einen Kommentar zu schreiben, in dem ihr eben auch schreibt, dass ihr tatsächlich an der Verlosung teilnehmen könnt. Und in einer Woche, also nächsten Samstag, werde ich den Kommentar des Gewinners dieser Verlosung hier unten in den Kommentaren anpinnen. Ich werde dem Gewinner auch antworten. So ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt euch über die Verlosung gefreut. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit einem richtigen Video. Ich freue mich schon auf euch. Und ja, dann bis morgen. Tschüss! 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 Tschüss!